Ja, Ingo, guten Morgen. Ich bin's. Ich bin's, dein Bruder. Also, jetzt geht's darum, zu heilen. Jetzt geht's darum, wirklich zu heilen. Schau, ich bin im Zendo. Das kennst du. Da ist es genau. Da, da ist das Bild. Ja, und jetzt fang wirklich an, immer mehr Heilung zu geben. Immer mehr. Und lass manchen Schnickschnack, den du überhaupt nicht mehr brauchst, der überhaupt nicht mehr wichtig ist, lass den einfach bleiben. Und kümmere dich um die Heilung, um einen stillen Geist. Und falls dir irgendwas nicht mehr dient, lass es los. Und wenn's ein Umzug ist, dann mach das. Was immer das auch ist, lass manche Dinge bleiben. Jetzt geht's nur um Heilung. Ja? Okay. Sei gesegnet. In all deinem Tun.